Musik Moin Leute, so Es schreiben mich echt viele Leute an wie ich so schnell Masse aufgebaut habe Am 19.11. wurde ich 86 Kilo auf der Bühne Hab dann direkt angefangen nach meinem Auftritt bis Ende Dezember 6.000 bis 11.000 Kalorien zu essen Egal was Ich hab immer erst meine Makronährstoffe gedeckt wie Fette, Kohlenhydrate und Eiweiß Wenn das gedeckt wurde hab ich einfach reingeschaufelt Ben & Javis, Pizza, Döner Alles Ich hab einfach alles gegessen Kinderschokolade Einfach alles Mann So Ihr denkt doch nicht wirklich Durch Lienburg Baut hier saubere Muskelmasse auf Wenn ihr im Kalorienüberschuss seid Ob durch Dreckiges Essen Oder durch sauberes Essen Werdet ihr trotzdem Dicker Für die Leute die auf die Bühne gehen So Zwei Monate vorher Deut die Burg Kann man aufhören Reicht auf jeden Fall Für eine Diät Und für die Leute die noch im Aufbau sind Wenn ihr auf eure Kalorien gekommen Am Ende des Tages Esst einfach irgendwas Was viel Kalorien hat Bis ihr eure Kalorien erreicht habt Man baut durch Lienburg Keine saubere Muskelmasse auf Wenn man durch Lienburg Zum Beispiel jetzt Einer Braucht am Tag 2400 Kalorien Um mich zu Um mich abzunehmen Ist aber dann 4000 Kalorien clean Jeden Tag durch Reis Fisch Fleisch Omega 3 Säuren Oder Haferflocken Und hat dann Seine 4000 Kalorien erreicht Sauber Meint ihr wirklich Der baut dann saubere Muskelmasse auf Nein Wenn man einen Kalorienüberschuss hat Wird man einfach dicker Ob durch sauberes Oder durch reinges Essen Merkt euch das einfach Bitte Ihr versucht es Echt Jeden so zu erzählen Ihr wolltet es aber nicht so übertreiben Wie ich Mit 6.000 bis 11.000 Kalorien Jeden Tag Sondern Versucht es einfach clean zu essen Wenn ihr bis da Wenn ihr zum Beispiel Am Ende des Tages Nur 3500 Kalorien habt Und ihr braucht 4000 Und ihr kriegt das nicht mehr rein Dann esst Schokolade Oder so Dann habt ihr eure 4000 Und Fertig So Ist nicht schwer Es gibt eine App Fat Secret My Fitness Ball Downloaden Sachen eingeben Euer Essen Kann man einscannen Die App weiß ganz genau Was das für Essen ist Ihr müsst es einfach nur abwiegen Und die Grammzeit eingeben Mehr ist das nicht Achtet auf eure Kalorien Bilanz Am Ende des Tages Wenn ihr Masse aufbauen wollt Ihr braucht auf jeden Fall Einen Kalorien Überschuss Wenn ihr wollt Könnt ihr auch Minimal Überschuss machen Mit 200 bis 300 Kalorien mehr Oder 1000 Kalorien mehr Oder 2000 Kalorien mehr Müsst ihr ja wissen Wie ihr es machen wollt So Ich hab halt 6 bis 11000 Geessen Ich wollte halt Ein Experiment machen Mit mir selber Und ich hab einfach Bock drauf Jeden Tag So eine Scheiße zu essen Weil ich find's einfach geil So Gehen heißhungern Ben & Jerry's zu essen Wer mag das nicht So was ich Nicht gegessen habe War McDonald's Oder Burger King Und wenn Dann sehr sehr selten Aus No Fall nur Weil ich mag das selber nicht Ich bin eher so der Schokoladen Typ Ben & Jerry's Pizza Döner Sowas Ist eher mein Ding Und ja Markiert Freunde drunter Unter das Video Die das nicht kapieren Die denken Mit Limburg Baut man saubere Muskelmasse auf Ist nicht so Also wie zum Beispiel Usain Bolt Unser Olympiasieger Was ist jetzt unser Ich sag mal Keinliche Olympiasieger Ist am Tag 6 bis 8000 Kalorien Also das hat er mal In einem Interview erzählt Und meinte Er isst das alles clean Meint ihr es wirklich Nein Wie er berichtet Ist dir sehr gerne Schickt mit Nuggets 6 oder 9 oder Schickt mit Nuggets Und irgendwie schon 500 Kalorien 500 Kalorien Einfach so Für so ein kleines Essen Mal Leute Denkt einmal nach Man baut mit Limburg Keine saubere Muskelmasse auf Kann man Kommt aber immer auf die Am Ende des Tages drauf an Wenn man Überschuss von 2000 Bis 3000 hat Mit Clean Eating Nehmt man genauso Genauso zu Als mit Dirty Bulg Ist einfach so So Wenn ihr mehr sehen wollt Gebt mir einen Daumen hoch Bei Facebook Und bei Youtube Und Leute Merkt euch das einfach bitte So schwer ist das nicht echt Ihr müsst aber auch 100% Gas geben im Training Wie mit der Ernährung 100% Training 100% Ernährung Okay Markiert Freunde Die das kapieren sollen Markiert Freunde Die Nicht auf ihre Kalorien kommen Mit sauberem Sauberem Essen Sollt ihr das Video angucken Damit ihr das bisschen verstehen So Peace Aus 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 Aus